Musik Hier muss man sagen, es ist ein mega, mega gut organisierter Platz. Also da muss man mal wirklich schöne Worte sagen. Also das ist wirklich gut organisiert und alle sind gut gelaunt und super freundlich. Darum sind wir hier wahrscheinlich auch so gerne. Irgendwo hier, andere Seite standen wir, ne? Da hinten standen wir das letzte Mal. Das ist auch schon einige Jahre her, Thomas. Ja. Wir gucken, ob wir irgendwelche Leute langfahren und dem Golfmobil hinterher. Das ist auch ein geiler Job, ne? Ich habe keinen Bock drauf. Abends will ich immer noch eine extra Runde fahren, wie bei jedem Gier abholen. Dann darfst du aber nicht mehr fahren, das weißt du schon, ne? Ja, ist jetzt zum Abend hin. Im Schluss wird dann halt ein Gang runtergelegt. R14 haben wir? Ja. Ja. So, Johanna, hier stehen wir wieder in Bürgerende auf unserem Lieblingsstellplatz bzw. Campingplatz. Drei Jahre ist es jetzt her. Das letzte Mal, ne? Mhm. Viel zu lange eigentlich. Ja. Vielleicht sollten wir öfters mal Campingplätze anfahren. Ja. Der Platz ist absolute Spitze. Dann hast du gesehen, wir haben Vollmond. Das heißt, wir müssen heute ganz viel Bier trinken, sodass wir nachher auch sehr gut schlafen können. Ich weiß, wer morgen Geburtstag hat. Nee, du? Mhm. Ich? Mhm. Was krieg ich denn? Nix. Ich hab auch nichts bekommen, also kriegst du auch nichts. So. So einfach geht das, ne? Ja. Vielleicht lade ich dich zum Essen ein. Zum Essen, das haben alle gehört. Oh, Tommy. Na, ich hab mir schon selber was geschenkt, ne? Was denn? Neues Wohnmobil. Das kommt im April. Mhm. Zu Weihnachten endlich eine Playstation 5. Hast du eine bekommen? Ja, die soll mit ins eurem Mobil rein. Wir haben ein Problem. Der ist nicht so gut ausgestattet wie der Pepper. Der hat nicht mein Fernseher drin. Das ist so ein Weg aus. War nix. War nix. War nix. War nix. War nix. Machen wir auch Bleigießen am Abend. Ja. Und UNO spielen. Okay. Ja, das vielleicht mal ganz gut. Ohne Fernseher zu reisen. Mhm. Mal gucken, wie lange wir das aushalten. Ich halte das aus. Die Frage ist, wie lange du das aushältst. Ja, im Sommer ist das kein Problem, aber im Winter. Bleigießen. Dann haben wir noch ein Spiel hier oben drin, ne? Das ist nach zehn Minuten vorbei. Das Spiel da oben liegt immer noch original, verpackt da oben drin. Ja. Wir müssen uns noch überlegen, wo wir dieses Jahr Silvester hinfahren wollen. Borderstam. Wieder? Ja. Wenn wir da noch ein Wohnmobile haben, heißt das. Mhm. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Da steht, das Geburtstagskind neben mir ist fleißig am Nachrichten beantworten. Heute dreht sich mal alles um Thomas. Er hat so schon ganz viele Nachrichten von euch bekommen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt nach Pielungsborn, vielleicht können wir heute Boot fahren. Normal muss man buchen, vielleicht kriegen wir es auch ohne buchen hin, weil wir wissen nicht, ob wir den Hund mit drauf nehmen können. Das heißt, einfach buchen, ohne zu wissen, ob es mit dem Hund klappt, ist blöd. Lass uns los machen, lass uns mal los fahren. Ist das heute dein Geburtstagswunsch? Boot fahren, Bier trinken? Nee, Bier trinken will ich gar nicht, ich will nur Boot fahren. Nur Boot fahren, okay, wir versuchen mal ein Boot zu finden, damit Thomas dein Geburtstagsgeschenk bekommt. Ja. Einmal alles kontrollieren, genau. Was war das? Pop-Money. Was ist mit dir? Die Handtücher, die können wir doch reinhängen. Die können wir wieder reinhängen, es müssten so trocken sein. Du strahlst, also? Ja, ich würde sagen, lass die Fahrräder mit dem Anketten. Geht klar? Ja. Hat er was frei? Ja, 99 Euro, zwei Stunden, 300 Euro Portion. Okay, und jetzt? Ich würde sagen, machen wir. Hier mal alles rein. Machen wir, was sagt er. Hund kostet 15 Euro extra, aber das ist alles jetzt. Ich habe ein großes genommen. Seht ihr, wie er strahlt? Ist das geil oder ist das geil? Thomas auf dem Boot. Müssen wir da zwischen den beiden Rollern fahren, wie geil das ist. Guck mal. Also Leute, macht das Bock oder macht das Bock? Guckt euch das mal an. Und? Hehehehe. Eine Frage beschäftigt mich gerade noch. Wir sind hier mitten auf dem Meer und ich trinke immer sehr viel. Man hat es auch im Serengeti-Park gesehen, wo wir auf einmal im Park standen und keine Toilette vorhanden war. Ja, ich würde sagen. Du musst jetzt schon wieder Pipi. Wir haben ja jetzt keine Toilette im Umkreis. Nein, ich muss jetzt nicht. In dem Fall muss ich jetzt mal nicht. Aber jetzt mal ehrlich, wir sind hier jetzt, ich glaube, eine Dreiviertelstunde einfach nur geradeaus aufs Meer gefahren. Wir haben bis hinten gut. Wir haben 15 PS, so schnell ist es nicht, man sieht noch Land, aber ja, pinkelt man einfach ins Wasser. Wie macht ihr das? Fahrt ihr öfter Boot und schreibt es doch mal in den Kommentaren, wie ihr das macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich einfach hinten hinstellt und ins Wasser pinkelt, oder? Das ist immer eine Frage, die fragt man eigentlich nicht, aber die beschäftigt mich, weil da hätte ich dann gerne eine Antwort drauf. Thomas. Was? So. Guck mal, wir fahren hier mit dem Navi. Das ist mega geil, ne? Also ich glaube, wir fahren jetzt öfter Boot. Nur mit dem Verdeck. Ich weiß nicht, was die Konstrukteure sich dabei gedacht haben. Wahrscheinlich liegt man hinten ein bisschen hinten drauf, guckt aufs Meer. Du kannst dich hinten auch hinsetzen, ne? Und das Verdeck, das ist ein bisschen ungünstig, das ist hier ja direkt vom Sichtfeld. Allerdings so geht das, wenn man langsam fährt, wenn man Gas gibt, dann kommt das Bug vorne oder das Bug hinten? Keine Ahnung. Ne, ich glaube Bug ist vorne. Dann kommt der Bug vorne hoch und dann versperrt das die Sicht. So, guck mal, wir haben hier sogar Knoten stehen, Tiefe, Tiefe, guck mal hier steht sogar Tiefe drin, 9,9 Meter. Wie geil ist das denn? Alle, die jetzt wahrscheinlich Boot-Affim sind, boah, mir fehlen ab und zu echt die Worte, ne? Die werden bestimmt denken, was labern die da für einen Quark, aber wir saßen noch nie im Boot, das ist für uns ganz neu und ja, es ist ein totales Abenteuer. Auch wenn wir jetzt eine 15 PS fahren, weil wir jetzt Führerschein frei fahren, es macht wirklich einen Heidenspaß und allein ein bisschen jetzt auf dem Wasser rumzuschippern, das ist mega cool. Und daher haben wir jetzt auch überlegt, wir machen da ein einzelnes Video raus, weil wenn wir das jetzt alles hier im Flock einbauen würden, das würde den Flock sprengen. Hat jetzt ja nicht so viel mit dem Wohnmobil fahren zu tun, naja, indirekt. Also wenn man irgendwo am Meer campt und sieht eine Boot-Mietstation, ja, können wir nur empfehlen. Und wir haben jetzt alle selber gezahlt, ne? Das ist jetzt keine Kooperation mit irgendeinem Bootshersteller oder irgendeiner Vermietstation. Also das ist jetzt, ja, einfach nur aus unserem Portemonnaie entstanden, hätte ich bald gesagt. Aus unserer Lust entstanden. Das Portemonnaie ist leer, die Lust ist groß. So, wir fahren jetzt weiter. Geärgert wird sich später über die fehlenden Moneten. Jetzt genießen wir noch ein bisschen die Zeit und den Tag und ab in den Süden, der Sonne hinterher. Johanna, wir brauchen ein Boot. Nee. Doch. Wir sind wieder am Campingplatz angekommen. Ich war gerade noch mal einkaufen, denn bei uns gibt es gleich Pizza. Thomas wollte heute zur Feier des Tages gerne grillen, weil ich aber nicht jeden Tag gerne Fleisch essen möchte. Habe ich gesagt, heute gibt es einmal Pizza. Ist damit einverstanden. Hauptsache der Grill ist an. Dementsprechend machen wir gleich den Pizzastein warm. Die Bootstour war, ja, kalt. Thomas hatte nur seine kurze Hose und sein T-Shirt mit. Dementsprechend ist er jetzt gerade auch mal schnell unter die Dusche gesprungen. Und dusche dich einmal heiß an. Der Junge ist ein bisschen durchgefroren. Aber er hat vorhin schon gesagt, er hat daraus gelernt, nächstes Mal nimmt er eine Jacke mit. Das war auch sehr spontan, dass wir Boot gefahren sind. Hätte nicht gedacht, dass es so spontan da klappt. Haben wir ausgenutzt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, das nächste Mal machen wir das dann bei schönem Wetter. So. Und ich höre jetzt auf zu quatschen. Muss hier die Pizza fertig machen, damit wir gleich lecker essen können. Und dann gucken wir mal, sind die gut? Ich glaube, die sind gut. Wo sind denn die anderen? Die liegen noch in der Küche, wollte ich gerade sagen. Und dann hole ich die unter den Wechselraum mal eben. Hört mal fest. Welche willst du? Kleine? Große? Eine große. Wenn du so fragst. Eine ganz große? Ja. Toll. Na toll. Hättest du mal nicht gefragt, ne? Ja. Die werden echt immer besser, ne? Ich glaube, ich mach da noch mal ein bisschen Grieß drauf. Dann mit dem Grieß, das klappt echt gut. Das riecht immer so nach Popcorn. Noch ein bisschen viel. Noch gerettet. Gerade so. Mittlerweile hast du es drauf. Ist das richtig so? Mhm. Tatsächlich ist der Boden schon hart geworden. Ist das lecker? Ich krieg den Boden, der ist hart. Das ist zu lange. Unser letzter Tag hier auf dem Campingplatz in Burgerente bricht an. Und ich bin gerade schon mal rumgelaufen, hab ein paar Aufnahmen von dem Platz für euch gemacht. Den Campingplatz stellen wir euch natürlich auch wieder vor. Und auf den meisten Campingplätzen gibt es ja Dauerstellplätze. Und vorhin habe ich da welche gefunden. Die sehen wirklich schick aus. Da nehmen wir euch gleich nochmal einmal wieder mit hin. Denn sowas Schönes muss man einfach mal zeigen. Weil da haben sich welche wirklich richtig viel Mühe gegeben. Total schön bepflanzt. Und ich habe gerade schon zu Thomas gesagt, ich hätte es am liebsten auch direkt zu Hause so bepflanzt. Also wenn wir mal zu Hause sind, Thomas. Wir schauen uns das gleich an und nehmen uns ein paar Inspirationen für zu Hause mit. Und dann heißt es bald mal in den Garten gehen. Apropos Deko, Sonja schreibt gerade, den Nachnamen lasse ich mal außen vor, was wir hier für eine Lampe auf dem Tisch haben. Das passt nämlich gerade ganz gut. Das ist eine ganz normale Taschenlampe, eine Tischlampe. Wir packen den Link mal unten als Kommentar mit rein. Also wir nehmen die immer gerne mit, weil da so ein schönes Licht drauf ist. Und weil das Deko ist. Wir wollen jetzt keine Produktwerbung machen. Aber ja, wir kriegen so auf die Frage, was wir da für eine Lampe auf dem Tisch haben. Ja, wir schreiben den Link mit rein. Und ich meine, alles andere findet ihr dann ja auf der Internetseite. Ist sozusagen die große Schwester von Thomas Obulz. Na, ein bisschen mehr Deko. Die Lampe, sei mal ehrlich, also du holst die schon immer jeden Abend. Ja, ich stell die immer auf den Tisch. Ich stell die draußen auf den Tisch. Ich stell die hier ins Wohnmobil auf den Tisch. So, und jetzt ist gut mit Werbung. Wir zeigen euch gleich mal die Dauerstellplätze. Du siehst richtig motiviert aus. Wo geht's hin? Gespensterwald habe ich gehört. Ich möchte jetzt erstmal die Blumen angucken. Welche Blumen? Von dem Stellplatz. Jetzt fahren wir nach und zu Fuß. Wir fahren jetzt erst Fahrrad. Wir fahren dann mit Fahrrad dran vorbei. Nee. Ja doch. Wo ist denn die Leine vom Hund? Ist bestimmt nicht da drinnen. Hast du doch gesagt im Korb. Im Fahrradanhänger. Das ist fast das gleiche. Thomas, die Griffe hier müssen auch wieder fest gemacht werden. Warum ist das dein Korb? Ja, du hast den gerade wieder aufgemacht. Die Griffe waren vorher auch schon auf. Du liebst. Nee. Kodi, komm her. Kann doch nicht. Ja. Das kann ich mal wieder alles kontrollieren. Ich meine rechts! Guck, das sieht schön aus! Ja, sagt er! Mowgli! Guck, siehst du das hier? Thomas, ich hätte mir jetzt gewünscht, dass du dem ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenkst. Was denn jetzt? Ich wollte das gerade angucken mit den Blumen. Für uns geht es heute in die andere Richtung, Richtung Gespensterwald. Da hinten sieht man das Schiff, da sind wir gestern mit dem Boot hingefahren. Da! Da, da, Johanna, steck mal rum! Da ganz hinten, das Kleine. Komm weg? Äh, ja! Auf jeden Fall ist der Platz, wo wir stehen, total zentral gelegen. Man kann einmal in die Richtung Heiligendamm fahren und Kühlungsborn. Und heute nehmen wir mal die andere Richtung in Angriff. Da geht es dann durch den Gespensterwald Richtung Warnermünde. Und da schauen wir mal, was es da alles zu entdecken gibt. Es ist ein bisschen windig heute. Ich hoffe, ihr versteht, was ich erzähle. Aber wir machen uns jetzt auf den Weg und nehmen euch mit. Wir befinden uns hier aktuell im Gespensterwald. Wenn ihr hier in der Nähe seid, schaut auf jeden Fall mal hier rein. Und nutzt die Gelegenheit und geht hier mal in der Dämmerung durch. Und hier im Gespensterwald gibt es schon so eine mystische Atmosphäre. Nur zu empfehlen, wartet, bis es etwas dunkler wird. Und dann genießt einen Spaziergang hier in der Nähe von Bürgerende im Gespensterwald. Auch als Radfahrer könnt ihr den Gespensterwald problemlos passieren. Denn hier gibt es gut ausgebaute Wege, die sehr gut mit dem Fahrrad befahrbar sind. Und dann gehen wir mit Ihnen wieder da rein und schauen. Und dann geht das gerne aus. Das hier gibt es auch wieder im Gespensterwald. Und dann geht es gerne auf den Weg. Und dann geht es auch wieder mit dem Fahrrad. Und dann geht es auch wieder mit der Unterlagen. Wir haben gerade den Brückwicht eingeschlagen, weil wir gesehen haben, es ist schon 18 Uhr. Wir fahren noch eine Stunde zurück. Der letzte Abend hier. Und in die Richtung sind es ungefähr noch 6 Kilometer bis nach Warnemünde. Ja, dann sind wir vor 9 Uhr nicht zuhause. Dann kommen wir im Dunkeln zurück. Beziehungsweise ins Wohnmobil. Und wir fahren heute ja unbedingt noch einmal mit dem Hund ans Strand. Und das wollen wir im Hund noch mehr ihm Gutes tun. Gestern musste er da mit dem Boot fahren. Und heute darf er ein bisschen planschen. Genau, dafür kriegt er heute ein bisschen das, was ihm gefällt. Und darum wollen wir auf jeden Fall noch einmal zum Meer nach rüber. Und dass wir das noch alles zeitlich hinbekommen, müssen wir jetzt umdrehen. Weil um 8 Uhr ist ja leider schon wieder dunkel. Also ab zum Campingplatz. Auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, also muss ich tief ein bisschen tun. Ich bin bin mit dem Augenbrauch. Ich bin mit mir. Aber nicht genug für dich. Ich bin mit dem Augenbrauch. Und wir beide zusammenge Amen. Aber ich Dialog haben. Und wir beide haben einen Spaß. Und das ist nur ein wenig. Wir染 sind nachzudenken. Wir laufen uns immer alle bis heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017